Musik 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 Wir hatten ein Kunstprojekt geplant mit entsprechend bekannten künstlerischen Masken als Ausdruck und als kleine Gruppe zu zehnt zu dem Bürgerdialog, wo wir geladen worden sind, die ganze Stadt, dem wollten wir nachkommen, aber die Polizei hat uns reingekesselt und uns darauf hingewiesen, dass wir illegal handeln, dass wir eine Versammlung wären Aus welchem Grund? Vermummung und so? Ja, die haben wahrscheinlich unseren künstlerischen Aspekt dieser Maske, eine bekannte Maske des... Anonymous, ja, kennt jeder. Können Sie sie so nennen? Hä? Unter diesem Aspekt haben die uns Vermummung unterstellt und... Und jetzt gibt es eine Straftat? Eine Straftat ist das. Achso. Ganz genau. Alles klar. Gut. Dankeschön. Vielen Dank.